Mein Name ist Hans-Jag Haag, ich bin Konditormeister seit 1985 und habe vor zwölf Jahren das Projekt mit der Therese Fiegl Tiroler Edele gestartet. Mein Werdegang habe ich als Konditor im elterlichen Betrieb gelernt, war dann in der Schweiz und in Frankreich und habe dort Schokolade machen eigentlich gelernt. Die Therese ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das Projekt Tiroler Edele machen würde. Und wie man ins Oberländer kennt, sind wir ein bisschen skeptisch gegenüber, was vom Unterland raufkommt. Und sie hat das schon eine Weile gebraucht, bis ich mich überzeugt habe von dem. Aber jetzt machen wir schon zehn Jahre. Wir haben angefangen mit 3.000 Tafeln, momentan sind wir bei 150.000 Tafeln. Da sieht man eigentlich, was man in zehn Jahren bewirken kann. Das Allerwichtigste ist, dass wir Tiroler Graufi-Milch verwenden. Sie ist ein bisschen anders als auch andere Milch und wir unterstützen die Regionalität. Und wir kriegen einmal in der Woche, da bringt man eine Bäuerin von Laudis, 15 bis 20 Liter Rahm. Und es ist ein kleiner Beitrag für unsere Region, was wir tun können. Also eine Schokolade besteht aus Kakaobohnen. Die Kakaobohnen befinden sich in einer Kakaoschote. Da sind ca. 15 bis 30 Bohnen rein. Und dass man eine Tafel von 50 Gramm herkriegt, braucht man ca. drei Selleschoten. Das sind dann zwischen 75 und 100 Bohnen. Dann ist Zucker und Tiroler Graufi-Milch rein. Mehr besteht sich nicht. Also ich kann vom Fenster raus schauen und sagen, alles kommt von meiner Umgebung. Ich sehe zum Beispiel auch Stanz, wo die Zwetschgen herkommen. Dann in Stanz kommen auch die Birnen her. Ich sehe direkt zu meinem Schnapsbrenner rauf. Ich sehe ins Ötztal, wo die Preiselpernen herkommen. Oder auf dem Grabwerk rauf, wo die Bergminze herkommt. Also das ist mir wichtig. Was ich von meinem Fenster raus sehe, das kommt in die Schokolade. Wir sind ein Team. Das ist meine Frau und ich. Und wir haben dann noch zwölf Mitarbeiterinnen. Die wollen uns da tagkräftig unterstützen. Es ist nicht so einfach immer mit Frauen. Aber man fühlt sich gebogen und aufgehoben. Und sie geben eigentlich in den Ton an. Oh je. Oh je. Die haben ich gerade gestern gemacht. Ja. Das ist die eine mit dem Salz, oder? Nein, ohne Salz das mal. Wir können das jetzt aber mit Salz machen. Das ist wichtig, dass so wenig wie möglich mit der Maschine gemacht wird. Mir ist einfach wichtig, dass man so nahe wie möglich am Produkt ist. Es ist einfach wichtig, dass immer ein Mensch dahinter steht. Das ist zum Beispiel beim Einpacken ganz interessant. Wenn ich eine Maschine verwenden würde, dann schauen die Verpackungen nicht so auf die Schokolade, als wenn sie sie von Hand einpacken. Und so wird jede Schokolade von Hand angeschaut, eingepackt und abgestempelt. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ganz wichtig.